Hallo zusammen, ich bin der Flo. Schön, dass ihr wieder dabei habt. Und jetzt gehen wir ins Workoutrufe heute. Und zwar haben wir fünf Runden in unserem Workout mit Timecap 16 Minuten. Unsere Übungen haben 20 Push-Ups, danach 16 Goblet Squats und 10 Burpee High Jumps. Nach den 10 Burpee High Jumps macht es eine Minute Pause. Das heißt, zwischen jedem Set ist insgesamt immer eine Minute Pause. Nach der Minute geht es dann ins zweite Set, wieder dasselbe. 20 Push-Ups, 16 Goblet Squats, 10 Burpee High Jumps, wieder eine Minute Pause und ins dritte. So lange, bis ihr die fünf Runden fertig habt. Danach hat man von mir aus bei 30 oder 14 Minuten fertig. Dann hättest du zwei Minuten bis Timecap und die Zeit füllst du aus mit Max-Out Sit-Ups. Das ist dann euer Score. Das heißt, in der Zeit, wo ihr mit den fünf Runden fertig habt, keine Pause direkt mit den Sit-Ups anfangen. Fünf Runden Ende bis Timecap, Max-Out Sit-Ups und das ist dann euer Score. Genau. Zu den Gewichten bei den Dumbbells. 22,5 für die Herren und 15 für die Damen. Und bei Kellbells haben wir 24 für die Herren und 16 Kilo bei den Damen. Genau. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Workout und lasst es euch übergeben. Dad wünsche ich euch noch auf die dritte gracellen. Wir wünschen euch noch das, bis bald. Tag. Tag. Seid – entschl Ravi. Tag. 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 Tag.